Im Bereich ÖFA arbeiten täglich 62 Mitarbeiterinnen und ca. 100 Trainerinnen im Team. Mein Name ist Silke Wahr und ich bin Bereichsleiterin im Bereich öffentliche Auftraggeber. Die Geburtsstunde vor ÖFA war am 16. November 1998. Seit nunmehr 24 Jahren bieten wir Unterstützung im Bereich Integration in den Arbeitsmarkt. Letztes Jahr haben wir 1.060 Kurse mit 150.000 Trainingseinheiten durchgeführt. Unsere Weiterempfehlungsrate lag bei 95%. Der Bogen sparen sich von Beratung bis zur Vermittlung von Grundlagenwissen bis zur Lehrabschlussprüfung. Zum Beispiel Metallausbildungszentrum Linz, Produktionsschulen und Stiftungen. Mir gefällt besonders Partnerin für Qualifizierung und Orientierung zu sein. Mit ÖFA topfit am Arbeitsmarkt.